Die zu veräußernde renovierungsbedürftige 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Berlin. Die Immobilie wurde 1958 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Bei einer Wohnfläche von ca. 91 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 386.500 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF, 2020